Musik 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 Ja Überhaupt auf Ja es nimmt auf Ich hab da nirgendwo Sekunden Ich geh da nirgendwo Ja das musst du erstmal einstellen Dass du das siehst Egal Also Sprache das hört man Eigentlich Weil Es Mich ein Fort nicht auf dem Handy liegt Das ist laut Was ist da runter gehen Ins blaue Haus Da unten Ich jetzt greife direkt nebenan Ja Falls Niemand Auge macht auf mein Haus Fahmars 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 M16 Oh Und eine Maschinenpistole Und eine Pumpgun Was ist leer gelootet Ich komm mal zu dir rüber Mein Haus ist nicht leer gelootet Doch nein doch Ist leer gelootet Aber so groß ist das Haus ja gar nicht Wir haben keinen Schild Wir haben keinen Schild Warum hast du das hier an der Glöcke geläutet Du hast gesehen da vorne sind Gegner glaube ich Ja ich sehe einen Es ist laut Das Spiel ist laut Lass pushen gehen Ich hab's Gut einer ist im Haus Warte Bitte Nein Ja da war Pass auf da ist noch einer Mal bei Oh das ist lecker gut hier Ah, Bruder. Du sollst nachladen, musst du irgendwas aufnehmen, Digga. Minis. Ah, nee. Oder Bigi. Ich hab'n Bigi. Ein Kanon erzählt auch als... Was tust du? Na, für dich die Tee, damit du hochlaufen kannst. Der Bigi-Tier. Oh. Ich hab' schon eine. In welcher Farbe? Gold. Ist egal. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Das stimmt, da lagen die nicht. Da lagen ja zwei Stück. Einen in Gold und einen in Lila. Ja, lass... Oh, Digga, ich hab' kein Schild. Ich nehm' das zu mir eigentlich ganz gerne mit, aber... Ja, lass' ich's mal. Wegen Heiß... äh, Heißdach und so. Hast du Minis? Hast du Minis? Nein. Na gut, dann geb' ich dir die WG. Ich wund' euch nicht. Ich spiel' auch kein Handy, also wenn sie meistens rumlaufen, kann ich nix erfüllen und das WLAN auch nicht. Wie laut das ist. Ah ja, P90. Gegner. Ja. Ich hör's. Ich hör's. Hab ihn. Gut gemacht. Oh. Oh, da. Wie der auf dich... äh, draufgegangen ist. Ja, ich habe keinen Schaden gekriegt. Ich habe ihn aber one shot geschossen. Oh, Gegner. Da hinten am gelben Haus. Wo? Da hinten. Also, entweder ist es ein Gegner oder ich habe irgendwie... Ähm, kannst du sagen, dass du weiter gehst? Hä? Habe ich doch. Ich sehe nichts von dir, Digga. Genau, ist denn der? Ich gehe von unten mit Pumpkin rein. Was? Hab ihn. Absoluter... Low... Äh, warte, was? Ach, egal. Die Minis hast du, weil ich will auf jeden Fall Hightech haben für nachher noch. Zwei. Und unterhalten. Was? Lass mal... ganz viel Baumaterialien sammeln und uns jeder eine Skar holen. Habe das oder so für eine Aufgabe. Rocket Launch ein Gold. Legt einfach mal so ganz legit in der Kiste rum. Hast du mit oder soll ich? Ja, okay. Ich kann den mitnehmen. Da nimm du die Minis, wo da liegen. Okay. Pink Pistole. Brauche ich nicht. Wo liegen die Minis? Ja, unter dem Unterstand auch. Ich ne Medi-Kit noch mit. Wohl Angeln? Nein, nix an. Erstmal ein bisschen Baumaterialien. Ich kann hier jetzt ein bisschen chillen. Wir haben schon sieben Kills. Das wird auf jeden Fall eine 15 nahe zusammen. Minimum, Alter. Ja. Ja. Wird mich schon stark wundern, wenn ich. Ja. Ich brauche noch Stein. Ich will eine Skar haben. Ja. Ja. Ja, wie viel Stein? Wie viel Stein hast du? Und Metall? Warum schießt du? Na ja. Ja, ich hab 200 Stein. Und 60 Metall. Ja, von 100 Woppen. Von was? Nein. Hä? Ja. Charly hat 100 Woppen. Ja, hab ich gemacht. Sind die? Da bei mir Vielleicht noch 50 Metall oder sowas Ja, liegt hier Du musst schon kommen Ja, ich komm ja gerade Ja, ich seh's So, jetzt ist es froh ich mir nicht gar Hä? Wegen zwei Steinen Ich verarsch Warte Nicht auch einfach so schnell machen So Ah, hier Juhu Und den Goldskar Kann man sich noch machen Blutpump Ach, mache ich aber diese Runde nicht mehr Ich brauch noch Vormaterialien So, lass jetzt mal gleich in die Zone gehen Oh, komm Wenn ein Sieg wird, dann mache ich Mache ich aus Also ist das Video beendet Wundert euch doch nicht Ich sag dann tschau und ja Die ist schon klar, dass sie Das ist ein Video, der was ist Aber warum sollten Sie sich wundern? Die sehen doch wie lange das Video ist Oh Oh Ja, live streamed, dann brauche ich Mein Passwort von der E-Mail-Adresse Das habe ich aber grad nicht hier Weil ich das nicht auswendig Ja, moin Weil ich's ändern musste, weil's jemand gehackt hat Das ist mir noch nie vorher passiert Als recht, weil's 15-stellig ist Jetzt ist es Jetzt ist es 20-stellig Manometer Ich weiß gar nicht, wieviel Stimmen Mein Passwort hat Ah, nichts Gescheites drin Ohne Falle Ah ja, da unten ist noch eine Kiste Können Sie dir? Ja, da unten ist noch eine Kiste Oh, Gegner Wo? So da? Ja, da Ernsthaft? Ein blauer Rocket Launcher Ob ich hier nicht bauen kann Ob ich hier nicht bauen kann Hey, ich hab seine Mauer weggeschossen Und du hast Raketenwerfer gemacht Ja, moin Ach, eigentlich mag ich das nicht, Leute, damit zu fehlen Willst du den Raketenwerfer mitnehmen, weil hier liegt ne Sniper? Ja Gegen MP Ja, na, die spielst du ja eh nie Ja, ich spiel lieber Punk dann im Nahkampf Ja, aber Raketen könnte ich dann auch noch bitte haben, oder? Ja, richtig Ja, ja Ich lass dann direkt in die Zone so gerade aus, vielleicht kommen dann auch Gegner Ja, ich weiß, nur neun Kills ist ein bisschen wenig Oh, im Bus liegt ne Dings Naja 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 und trecks gegner hier mal hier in der solo runde hatte ich mal jemand gekillt in arena weil ich kein heilgond hatte und 12 grad hoch pushen dann hat sich gebaut und dann war ich auf einmal tot aber zu viele bäume ich hasse bäume in dem spiel da kämpfen die leute immer hinter ja kannst du auf mich warten ich hab die paletten abgebaut soja dann sagt das doch den stein oh digga nur noch acht gegner ist doch egal ein kill und du hast wie viele ach reicht mir kannst du ja warten wo du gerade bist dum 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 wo geht das ja ich warte hier ist da nicht was kann ich gehört ja bei mir hier drin lege nicht lege nicht lege 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 nicht hier noch die kiste dabei da läuft noch irgendwo einer da hinten sind welche gut dort sind welche jetzt die haben uns nicht gekillt weil da kommt welche falsch nein geschossen hab ihn ja ich muss mich heilen hat etwas dummes passiert was hat mich in die luft gesprungen ein da habe ich ein teilzeug habe ich dann auch jetzt habe ich habe ich den raketwerfer hingeschossen nach so okay die könnte ich mir gut gebrauchen hast du es anfangen lassen und oh da liegt der so komm was weiter geht ja mach den mal auf gegner vor mir ich bin auf dem baby ja digga nur eine kiste drin ich ich gehe mich langsam heranschleichen habe mich noch nicht gesehen die fighten gerade lass einmischen lass erstmal chillen da vorne und nicht direkt los sein ich bin auch hinter dir da oh bruder auto ja ok mal schauen nicht gesehen auf dem fall fighten halt gerade übel ja moin oh hat einen wie viele kills haben wir jetzt heute 14 glaube ich 15 14 14 14 ja so ungefähr glaube ich ja so ungefähr glaube ich ja man boah epischer sieg hiermit beende ich das video und bis zum nächsten mal jede zweite woche schaue ich ob ich ein video bringe dann bis an so fertig ich merze nicht